Welcome to Survival Planet Earth! Liebe Menschen, ich möchte mich zunächst einmal bei euch allen für eure aktive Teilnahme und euren beispiellosen Gestaltungswillen während der letzten 200.000 Jahre bedanken. Aber auch nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten sehe ich leider keine Wahl, als Ihnen mitzuteilen, dass es keine weitere Staffel des Projekts Erde geben wird. Hallo Herr Baumann! Wir wollen aus dem nächsten Massenartensterben ein super Unterhaltungs-TV-Event für den gesamten Galaxie-Cluster machen. Please welcome the Fox! Bei denen alle Arten der Erde gegeneinander antreten. Und nur die Besten der Besten werden überleben. The Ant. The Chickens. The Croponium. The Human. Und of course, The Giant Panda. What do I go? Where do I go? Bis zum nächsten Mal.